Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video, die Headliner Prediction, die ich jetzt aufnehme. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, zehn Spieler, von denen ich erwarte, dass sie dabei sind. Und mal schauen, ob einer dabei ist oder nicht. Wir gehen das kurz mal durch. Das Ende wird natürlich am besten, wie immer. Ich will ja nichts irgendwie predikten, aber es ist eine Prediction. Von daher machen wir das mal so. Headliner ist erstmal klar. Wir haben die Aufwertung. Das heißt, wir haben einen besser als den besten Inform. Schon mal als Startkarte. Wenn die nochmal eine neue Informkarte bekommt, wird die auch aufgewertet. Das ist also wie eine Livekarte. Plus, wenn nochmal gewisse Anzahl an Siegen ist, das steht noch nicht fest, das weiß ich noch nicht. Muss man gucken, was da kommuniziert wird von EA. Entweder drei oder vier Siege am Stück in der Liga von der Mannschaft. Dann wird sie auch aufgewertet. Das heißt also nochmal nicht nur Einzelspieler abhängig, sondern auch Team abhängig. Ich sage mal, wenn Bayern München vier Spiele miteinander gewinnt, ist das nicht unrealistisch. Und schon geht da vielleicht ein Bayern München Spieler hoch. So ist es geregelt. Gehen wir mal zu den Karten. Wir starten mit Bamba von OSC Lill. Ist eine richtig gute Karte. Hat schon zwei Informkarten bekommen. Hat Player des Monats bekommen. Also deswegen gehe ich davon aus, dass Bamba vielleicht dabei sein könnte. Wobei Bamba, glaube ich, eher so speziell ist. Ist natürlich gut zu linken für Mbappé. Und Lill weiß ich nicht, wie viel sie noch gewinnen werden. Aber Bamba war es wirklich gut drauf. Dann kommen wir zu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ist sehr, 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 sehr sicher dabei. Also wenn der nicht dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Von den Werten her solide Achter. Richtig solide Achter. Also richtig gut. Wüsste nicht, warum man ihn nicht spielen könnte. Ich wüsste auch nicht, warum er nicht in diesem Headliner-Format dabei sein sollte. Weil ich glaube, er hat schon drei Informkarten bekommen. Plus Player des Monats. Team of the Group Stage ist er, glaube ich, dabei. Also er hat schon sehr, sehr viele Specialkarten bekommen. Also möglich, dass er dabei ist. Dann gehen wir mal weiter zu Theo Hernandes. Theo Hernandes ist natürlich ein Spieler, hat jetzt zwei Informkarten bekommen. Ist, glaube ich, der beste Linksverteidiger, den man sich vorstellen kann aktuell in FIFA. Davis kommt annähernd dran, aber ist nicht in der Breite Sud aufgestellt wie Theo Hernandes. Von daher ist das der beste Linksverteidiger. Spielt eine richtig gute Saison. Alcim Allandes ist, glaube ich, auf Platz 1. Also wirklich verdient auch dabei zu sein. Dann gehen wir mal weiter in der Serie A. Wir haben dann Herving Luzano. Ich glaube, Herving heißt er mit Vornamen. Hat schon zwei Informkarten bekommen. Richtig gut drauf. Die Karte, wenn die wirklich so kommt, ein Traum. 99 Geschwindigkeit, 89 Dribbling. Gutes Schießen, gutes Passen. Also eine Karte, die eigentlich alles hat. Dann gehen wir kurz weiter zu, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, Armelinkovic Savic. Ist auf jeden Fall irgendwas mit S als Vornamen, aber ist egal. Die Karte sieht auch so gut aus. Das 88er Rating ist wirklich, also das ist ja schon eine Karte, die du auf R6 und auf R8 spielen kannst. Die Geschwindigkeit natürlich nicht ganz das Beste, aber wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Und dann gehen wir weiter, würde ich sagen, zur La Liga. Da habe ich nicht so viele. Ich habe nur einen aus der La Liga, soweit ich weiß. Ja, nur einen aus der La Liga habe ich dabei. Und das ist Suárez. Hat wirklich gute Saison, wurde bei Barcelona rausgekickt und hat dann gezeigt, wie gut er ist. Natürlich die Geschwindigkeit aufgrund des Alters nicht mehr die Beste, aber die anderen Stats sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Und Atletico ist durchaus auch mal möglich, in der Liga vier Spiele miteinander zu gewinnen. Das sollte man auch im Kopf haben. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Premier League und starten mit Jamie Vardy. 89er Karte, lässt da auch sehr gut drauf. Die könnten auch mal wieder Champions League schaffen, vielleicht sogar Meisterschaft, weil es ist sehr eng in der Premier League. Aber Vardy ist wirklich gut drauf. Super Karte eigentlich. Also kann man als Stürmer sehr, sehr gut spielen. Hat guter Tempo, guter Schuss, gutes Dribbling. Ja, was will man mehr. Dann haben wir die nächste Karte, Wilfried Zaha. Auch richtig gut, 94 Tempo, 91 Dribbling. Ich habe ihn natürlich als linkes Mittelfeld gemacht. Er ist eigentlich linkes Mittelfeldspieler. Seine letzten beiden Informkarten waren nur Stürmerkarten. Aber ich glaube, dass wenn die Headliner kommen, sie beziehen sich auf ihre Standardkarten, gehe ich mal von aus. So, dann sind wir aber noch nicht ganz durch. Ach nee, wir haben ja Bruno Fernandes schon gemacht. Okay, dann gehen wir nur noch zur Bundesliga. Mehr haben wir nicht mehr über und ich habe auch nur zwei Bundesliga-Karten. Einmal ist es dann Robert Lewandowski. 94er Stürmerkarte. Kann man nicht zu viel sagen. Es ist halt schade, dass er so wenig Pace hat, aber mittlerweile durch diese ganzen Upgrades, die er hat, ist er wirklich sehr, sehr spielbar. Ich habe ihn schon mal ein paar Mal gespielt und er macht Spaß. Also, wer ihn ausprobieren möchte, kann ihn gerne ausprobieren. Und dann kommen wir zur letzten Karte. Erling Haaland. Wirklich ein super, super Spieler. Macht richtig, richtig Spaß. Ich habe die POTM-Karte, die hoffentlich auch noch aufgewertet wird, wenn er einen Winter-Upgrade bekommt. Aber so ist es die 89er-Karte, die natürlich auch noch aufgewertet werden kann. Also, überlegt euch, ob ihr ihn holt oder nicht. Und das war meine Prediction. Vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.